So benutzen Sie Ihren SodaStream Cool. Vor dem ersten Sprudeln entfernen Sie die Rückenabdeckung, setzen den Zylinder ein und drehen ihn handfest. Dann die Abdeckung wieder schließen. Fertig! Für den perfekten Sprudelgenuss füllen Sie einfach die Flasche bis zur Markierung mit frischem Trinkwasser und schrauben die Flasche in die nach vorne gekippte Aufnahme. Je nachdem, wie spritzig Sie Ihr Wasser mögen, drücken Sie den Sprudlerknopf ein oder mehrmals kurz nach unten. Das beste Sprudelergebnis erzielen Sie mit gekühltem Wasser. Um die Flasche zu entnehmen, kippen Sie die Aufnahme wieder leicht an und drehen die Flasche heraus. Dann genießen Sie Ihr frisch gesprudeltes Wasser. Für mehr Abwechslung geben Sie einen Schluck Sirup in ein Glas und geben frisch gesprudeltes Wasser darauf. Oder mischen Sie gleich eine ganze Flasche. Dafür sprudeln Sie erst das Wasser und geben dann den Sirup mit der praktischen Dosierkappe hinzu. Sprudeln Sie nur Wasser, keine fertigen Getränke. Mit der rein natürlichen Original-Kohlensäure aus einem Sodastream-Zylinder sprudeln Sie bis zu 60 Liter Wasser. Die Zylinder sind an vielen tausend Tauschstellen erhältlich. Tauschstellen in Ihrer Nähe finden Sie im Internet oder fragen Sie unsere Hotline. Natürlich können Sie auch hier im Markt tauschen. Mit Sodastream haben Sie immer sprudelndes Trinkwasser in aller bester Qualität. Denn unser heimisches Trinkwasser unterliegt strengsten Kontrollen und zeichnet sich durch seine besonders gute Qualität aus. Frisch gesprudeltes Trinkwasser ist so immer verfügbar. Selbst sprudeln vermeidet außerdem Verpackungsmüll und unnötige Transporte. Sodastream – einfach sprudeln statt schwer schleppen.